Ja ganz genau, der ist dran war's. 100% Aber der... Aber René, der kommt nicht um 22.06. Wanden. Ich meine nicht um 22.05. Wanden. 22.06. Boah, Pasi! Mach mal was! Äh, schreib doch mal in die Kommentare, wer Predator schon gesehen hat. Na, das ist nicht. Pasi, du bist lame! Boah, René, jetzt gib auf! Du schaffst es nie! Boah, René, schaffst's! Boah, René, geht nicht auf, du schaffst es! René, Pasi, geh da weg! Hallo! Wie mach ich den am besten? Einfach sprinten? Du sprints es hier und gehst hier nach rechts. So wie beim zweiten Sprung. Den ich nie geschafft hab. Pasi, geh da weg, du störst... Nein! Das war alles Pasi's Schicksal! Ja, du darfst hier hoch. Ja, geh weg, Pasi. René, du darfst dich hier hochporten. Pasi, geh da weg. Ja, wenn du da nicht weggehst, du fetter Sack. Ja, René darfst du jetzt hoch, René, geh da hoch. Wie denn? Ja, was weiß ich, äh, Game Mode. Boah, du fetter Jut, Pasi. Genau. Ja, wenn du dich, wenn du nicht aus dem Weg gehst, so... Wir haben dir Herbert Bescheid gegeben, weil du zu dumm und zu fett bist. Ja, du kleiner Asslag. Was war das? Asslag, ey, du bist so wild. Saubergen, ich hatte sogar die Chance gegeben, das nochmal zu machen. Und mein Kass, der packt sich die... Alter, ja, schon wieder aus uns war geflogen. Entschuldigung, ich wollte... Entschuldigung, bitte fluchendkicken oder was? Was ist das jetzt Problem? Ja, genau. Das ist doch schweißen wir außer Sege mal raus, hast du recht. Keine Ahnung, was passiert. Außer sich einzuwählen, nach oben gedrückt. Die Sege auch ziemlich ähnlich. Kick, René, steht da fast so aus wie Game on 1, ne? Nur, dass da Kick, Omega Planner steht da nicht. Ah, die Challenge brennt. Ah, wie? Oh, Mist, verzeihmer. Ey, René, ich will mich beeilen. Der Kampf gegen die Lava. Was? Kampf gegen die Lava. Alter! Ich hatte nur die Schwierigkeit erhöht. Alter! Das ist so zu langweilig, ne? Witzig. Ich muss erst mal aus dem Game on 1. Ach, hör doch mal auf. Ich kann aus dem Game on nicht rausgehen. Ja, toll gekickt. So ist ja auch mich aus dem Game on 1. Ich kann aus dem Game on 2. Oh, ja. Ah, ich bin nicht zu Bootsenbets. So. Ähm. Mein Game on geht nicht weg. Tö. Du bist im survival-Modus. Ja, der ging grad nicht weg. Hey! Ich will was testen. Wieso ist es zu dunkel? Ja, weil Pasi zu dumm ist, um den Tag zu machen. Nein, weil du zu dumm bist, um den Tag zu machen. Was machst du denn? Ich teste jetzt was... Oh, fein. Das ist Sikipissens Pasi. Ah, okay. Er will gucken, ob er seine Kacke wegschiebt. Das war das Leichtgewicht. Mal sehen, was er schwer aktiviert. Ach, Kacke. Okay, da muss jemand auch mal alles drauf. Nein, da muss auch ein Block drauf. Hä? Logik? Fucking Logik. Boah, Pasi, ich muss auch nicht so drauf, um den Tag zu machen. Ich muss auch noch eine Taste drücken. Nein, mehr. Ja, zwei Tasten muss man drücken. Äh, ungefähr sieben und acht. Nee, ach, du musst sie mal Tasten drücken? Also, ich muss nur Pfeiltaste und eine Taste drücken und was musst du tun? Ja, etwas öfter muss ich die Pfeiltaste drücken. Ja, was denn trotzdem hat zwei Tasten? Das ändert nichts. Boah, René, geh bitte auf! Nein, Mann! So schlecht! Jetzt schau auf! René, du machst die Challenge jetzt. Du schaffst das jetzt, Mann! Angeblich! Du schaffst die Scheiße! Guck mal, der ist schon wieder verlor. Fluss ist René, du schaffst das. Boah, jetzt packst du das, das ist deine Runde. Schlecht. Boah, jetzt aber René. Boah. René, du schaffst es jetzt. Ich hab 10 Euro jetzt gewettet. Ich kann es schon mal abgeben. Oh, fast! Schlecht. Los, René, jetzt schaffst du es aber. Oh. Ey, wie ein immer manipuliert, das ist von unfair. Ich mach das nie bei euch. Ja, weil du es... Du kannst es auch nicht machen. Ich kann es schon öfter machen. Ja, wir sind es dann bis heute rum. Alter, pass, ich geh weg! Ba-ba-ba-m. Ich werd durchgewascht, das war alles passisch schuld, ey. Als mal. Alter! Okay, hier, das wieder auf. Flick dich, passi! Flick dich, mach das jetzt so, und dann hassen dich alle. Nein. Ha. Oh, ich hab mich zu dir, oh. Idiote, Leute, das hat keiner. Ach, hör mal auf mit meinem Game und immer wegzunehmen. Mach ich nur nicht. Doch! Hey! Er macht doch grad Experimente. Checkt das mit dem Redstone-Kumpel. Wir hatten doch einen richtigen Durchblick bei Redstone, ey. Bist du, das ist zu über diesen Formel, aber nicht bei diesen komischen... Ich weiß alle, also bisher weiß ich alles, aber diese Komparator weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht, sonst weiß ich auch fast auf viel. Sonst weiß ich auch viel. Das ist ein Notenblock. Ah! Boah, Pussy! Du machst da, ich mach hier! Oh! Falsche Taste! Bisschen nervig! Wie geil hat das jetzt gelangt! Wir machen ne Band, Pussy! Weibkamera. Grifkamera. Amal. Dasche Ziel ist auch noch nicht. Ich mach mal praise. Ja, und jetzt mit Run! Boah, Pussy, ey, du bist so... Wie kacke das klingt. Das klingt richtig geil. Ey, ey! Pussy! Halt, ich muss mal kurz meinen Sound anmachen, richtig? Wäre mir voll Spaß, René. Jetzt geht die Luchi! Halt's Maul. Das ist richtig geil! Ich wusste gar nicht, dass es da so was gibt. Na klar. Musst du ja erstmal bauen können bei Minecraft, ne? Ist so. Kann man. Nein! Hey, ist das lustig. Bisschen nervig gerade. Wir sind voll die Rocker. Ist so. Hey! Wir rocken die Meisterschaft. Ein Einzelner ist blöd. Voll versch... Boah, René, bist du schlecht! Ich war jetzt grad mal wieder beim letzten. Super. Oh, beim letzten nur was, René, und hast den verkackt? Beim vorletzten. Ach, du warst hier? So warst du hier und hast den verkackt? Hier warst du hier und hast den verkackt? Hier warst du... Hier warst du und hast verkackt? Boah, ey! Nein! Du musst nur drei Wörter sagen. Also, von der letzten Leitern ausgeschwungen ist und dadurch abgebrannt ist. Ist das jetzt? Also, René, na? Du musst nur drei Wörter sagen. Ich gebe nicht auch. Ich gebe dir auch die ersten beiden Wörter. Das waren vier Wörter, René. Ich werde jetzt mein Rollo runter machen. Du sagst, die beiden Wörter, die ich jetzt sage und dann sagst du noch aufgeben? Ich gebe aufgeben. Mein Rollo. Pasi hat gerade zur Zeit versichert. Du sagst gleich aufgeben und ich gebe dir die ersten beiden Wörter. Nein, ich habe... Hat er gesagt. Ich habe gesagt... Ich sage dir die ersten Wörter fort, die sprichst du mir nach und dann sagst du noch aufgeben. Ja, es ist schön Pasi. Ich gebe aufgeben... Gericht stellt. Dann sagst du noch. René? Denkst du gerade wirklich, dass es schaffen kann? Ja. Oh... Bis in vier Stunden, Leute. Wir sehen uns da. Ciao. Ach... Halt's Maulfloh! ja da kann ich leider nichts mehr zu sagen ich hab zwar voll verkackt bei den ersten Sprung aber also beim zweiten aber so tief bin ich noch nicht gesungen du machst das bei jeder Challenge da sagst du jede Zeit auf gibt auf auf ja weil es für Sack das ist langweilig guck mal ich baue jetzt in Mützel hin was ist das denn das ist in Mützel voll gut zu beschieden da kann man irgendwie Pilze drauf bauen oder so damit kann man voll schieten ja Katze machen von mir aus ich weiß nicht was inwiefern mir das jetzt viel weiterhilft und da kann man irgendwie Pilze drauf bauen ohne dass man einen dunklen Raum braucht vor bin ich gut und wo kriegt man dieses Gras oder was ich hab keine Ahnung ich hab das noch nie gefunden ich glaub das ist ne ganze er ist ein ganzes Areal ist was aber ich glaub das Areal ist ziemlich selten ich hab's noch nie gefunden oder oder das ist das Modifikate wurde das denn dieses Jahr auch auch in mir er warst du den Stein das ist kein Stein was denn das Mützel Zeug was ich gerade aufgebaut habe was er wieder weggemacht hat wie das aussieht zu tun wo war das jetzt hier war Mützel ach so das ist aus der Pilz aus dem Pilzland auch bald gesehen äh ja ich war sogar schon mal bei einem ich nicht das ist ein Insel immer wow super da da um der Zelle Neelokanz es schaffen viele Pilze und das sind auch die großen Pilzen wow los Rene Neelokanz es schaffen kannst es schaffen so richtig schafften wenn der Sprung nicht werde vor der Wiese verzweifeln von mir aus können wir das leichter machen aber es nimmt ja eh nicht an also weil er dann aufgeben weil du sagst das so was er sich aufgegeben hätte ich nicht Hase ich bin ne ja doch Papa sie wieso wir könnten jetzt weitermachen ich müsste nur ne warte ich mach das sogar noch lustiger witzig ne äh boah was zur Hölle sorry Neelokanz es kann ich mehr verkacken h 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 gosh please spin gott p hat ein zwei h Stell dir vor, wie traurig er wäre. Ja, genau.